Mein Name ist Efride Lui. Ich bin geboren am 12.04.1920. Wir hatten ja noch einen Garten und da musste immer bestellt werden und Rasen gemäht. Und das war langsam für meinen Mann zu viel. Und für mich auch hier war an sich das Beste für uns dieses Haus. Und vor allen Dingen hier oben auf der Höhe ist ja eine schöne Luft und Stille. Ich habe zwei Kinder. Wir haben wöchentlich von ihnen Besuch. Sonntags kommen sie gewöhnlich und holen uns zu einem Gläschen Wein. So ein Gläschen Wein und eine Bekleinigkeit zu essen. Und dann bringen sie uns wieder und wir trennen uns froh und munter wieder. Was mir besonders gut an Pro Senior gefällt, ist wenn man irgendwelche Bedürfnisse hat, sofort Hilfe da ist. Man ist nie allein. Jeden Tag gibt es etwas für uns Alte, dass keine Langeweile aufkommt. Auch das Programm, was hier abläuft. Man kann tanzen, man kann singen gehen, Gedächtnistraining. Alles das ist hier möglich. Und meine Blümchen, die habe ich schon im Schlafzimmer auf der Fensterbank stehen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dass hier diesen Hang zu bepflanzen, ein kleines Gärtchen draus gemacht. Es war ein ganz buntes Bild hier. Und ich hoffe, dass wird es wieder in diesem Jahr. Ich hoffe, es geht darum, dass wir auch in diesem Jahr ein bisschen mehr schlafen. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!